Hallo zusammen, im Fall Julia F. stellt sich die Frage, ob denn der Landrat Heiner Schäffold im Alp-Donau-Kreis eine Kindeswohlgefährdung begeht, eine latente oder vielleicht sogar eine akute, das sollen doch bitte mal die Fachleute einschätzen. Julia F., ihr erinnert euch, es ist zweijährige Mädchen, das vom Jugendamt-Alp-Donau-Kreis vor nun mehr als einem Jahr von den Eltern mit Behinderung weggenommen wurde und da hat ja das Amtsgericht Ulm im Juni 2019 entschieden, dass das Kind zurückgegeben werden soll und da ist jetzt ab diesem Rückgabedatum, dem 1. Juli 2019, nichts geschehen. Das Jugendamt gibt die nicht zurück und der Landrat hat von den Eltern meines Wissens ein Fax bekommen, schon Ende Juli, dass man den Eltern doch bitte den Übergabetermin für das Kind mitteilen möchte und wo es übergeben werden soll und da kam nichts. Und wenn es doch so ist, dass ein Gericht feststellt, dass das Kind nicht gefährdet ist bei den Eltern und das Jugendamt das Kind zurückzugeben hat, das Jugendamt das jedoch nicht macht, dann ist ja eine Kindeswohlgefährdung durch das Jugendamt gegeben, weil ein Kind, wissen wir doch alle, soll doch bei seinen Eltern aufwachsen, wenn diese Eltern sich nichts zu Schulde kommen lassen und wenn das Kind nicht bei den Eltern aufwächst, dann kann das ja große psychische Schäden bei dem Kind verursachen und die Julia ist gerade mal zwei Jahre alt. Sie musste schon ertragen, dass ja sie abrupt unter Zwang abgestillt wurde, weil ihre Mutter hat sie ja noch gestillt, als die Julia F. im November 2018 den Eltern weggenommen wurde. Da sehe ich eine ganz klare Kindeswohlgefährdung und da der Landrat hier nichts macht, nichts unternehmt, das Jugendamt weiter gewähren lässt, das ihm ja unterstellt ist als Dienstherr und das Jugendamt sich nicht an den Gerichtsbeschluss hält, deshalb sind hier ganz klare Indizien gegeben, dass der Landrat Heiner Schäffold, der Landrat des Alp-Donau-Kreises, eine Kindeswohlgefährdung begeht gegenüber der zweijährigen Julia F.